Wie es die Tradition ist, beginnen wir mit einigen Versen aus dem Heiligen Koran. Und ich bitte dafür, Herr Hafiz Khawaja Ittisham Ahmad Sahib nach vorne zu kommen. Ich bin Allah von der Schöpfung des Schöpfung des Geheimen. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حصنة اسوات حصنات لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة لمن كان يرجو الله بل يوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحضاب قالوا هذا ما بعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما بعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتذر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله ويعزيب المنافقين ويعزيب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفور الرحيم الآخرة 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 بذكرت ثنانية الآخرة يسلم عليهم vor Satan, dem Verfluchten, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Wahrlich, ihr habt an dem Propheten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt. Als die Gläubigen die Verbündeten sahen, da sprachen sie, das ist, was Allah und sein Gesandter uns verheißen haben und Allah und sein Gesandter sprachen wahr und es mehrte sie nur an Glauben und Ergebung. Unter den Gläubigen sind Leute, die dem Bündnis, das sie mit Allah geschlossen, die Treue hielten. Es sind welche unter ihnen, die ihr Gelübde erfüllt haben und welche, die noch warten. Und sie haben sich nicht im Geringsten verändert. Dass Allah die Wahrhaftigen belohne für ihre Wahrhaftigkeit und die Heuchler bestrafe, wenn es ihm gefällt oder sich ihnen zuwende in Barmherzigkeit. Wahrlich, Allah ist allverzeihend barmherzig. Jazakallah. Urdu übersetzungen, Herr Osama Achmed-Sahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا توبہ قبول کرتے ہوئے ان پر جھکے یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے